So, da ist Tegel? Ja. Der ECOC PR kreuzt zur Piste 08 links über die Schwelle genehmigt. und dann weiter Richtung Ausgang. Ja schon, wir haben nur kurz den Platz über die Schwelle 08 links und dann weiter nach Ausgang. Ja, da hat er jetzt schon was um an der Sequenz. Da ist der Platz, da ist die 08 links mit der Schwelle. Ja. Da macht er gerade seinen Tiefanflug. Ich bin ein bisschen neidisch, dann machen wir auch nochmal. Ich bin ein bisschen neidisch, aber wir sind deutlich schneller, insofern spielt das generell egal. Wollte auch gerade sagen. DELTA, DELTA, bitte bleiben frei vom Flugbeschränkung spät. DELTA, DELTA, bitte wiederholen. Kunde, L388, Wind 070, 89, runway 0834, VTECO. L388, VTECO, VTECO, VTECO. DELTA, ich wollte nur sagen, dass sie frei vom Flugbeschränkung spät bleiben sollen. Sind sie aber jetzt, kein Problem. Einmal noch Verkehrsformation auf ihrer 3 Uhr Position. ein Light-Type in 2400 ft angezeigt. DELTA, Verkehr in Sicht. Ja, er hat sie auch in Sicht. Verhältliche Kontrollen auch über Oskar. DELTA, DELTA. Der Oskar ist Fugturm, da ist der Fugturm. Ja. Da ist der Alex, da rein. Da ist der Alex, ja. DELTA, DELTA. Ja. DELTA, ruf Sie Turm 169575. 169575, vielen Dank, tschüss. DELTA, RU, auch Turm Schönefeld 119575, tschüss. 119575, vielen Dank, tschüss. DELTA, E-BOL, trafikinformation in your 11 to 10 o'clock position. 2H2 miles at 2300 ft. DELTA, M-B, look for the traffic. Schönefeldturm, schönen guten Tag, DECR, Position Oscar in Baden-Bravo. DECR, Schönefeld, guten Tag, ja, in Position Baden-Bravo, thereafter, hold north of the field, QNH-1025. QNH-1025, and then hold north of the field. Ja, wir können das, sorry, auf Deutsch natürlich auch. Nehme ich auch gerne, wie wir wollen, dann bleiben wir auf Deutsch, und wenn möglich, ist ein Low Putsch, möglich? Positiv, warten Sie, Stefan Flug, Piste 07 links. Stefan Flug 07507, links wird aber alles, vielen Dank, Entschuldigung. Gut, DECR, wir sind gesunken auf 1900 Fuß. DECR, Roger, Mention Traffic is still 2500 feet and one mile in your 12 o'clock position. DECR, Traffic is inside, Cleo, kommt. DECR, 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 DECR. Bei ihr gekommen, da sag ich das alte Flughafensteppel. Da ist da, da startiertkiej, da ist die schwangere Hauste, Siegerde. Neiter Scheiß, thanks, wie das so nutrients wäre. Hier ist deine Deltapertannsteck, dann klicken sie so Bravo QNH-1025. Being that done 1.025, zu Bravo. Landebahn 07 Bistme noch geiler zu landen Ich bin jahrelang von Teppelhof geflogen Dann bist du da irgendeine Bahn und thermflogen? Krass Meistens ist es relativ hoch reingekommend rien Wenn du eine lange Landung machst, hast du dann hinten so quasi immer im Kreis gefahren, deswegen gibt es ja keine Rollwege in der Mitte, sondern bist immer im Kreis gefahren. Deswegen musst du bis zum Ende dann durch. So, da ist Schönefeld. Das Echo Gold, Mike Bravo. Over with T1, 2300. Mike Bravo, watch out. DTCR, Abo 2500. DTCR, fliegen Sie zum Platz, rufen Sie Turm, 120,030. 120,030, DTCR. Naja, das ist jetzt... Steppen wir auf T1, DTCR, auf der 120,030. DTCR, Schönefeld, Turm, hallo, fliegen Sie in die Platzrunde für Piste 07 links. In die Platzrunde für 07 links, T1, DTCR. touchieren, 4,30 bis zwei drastische traveler. Method Warte, gerade eine? Ja. WLR, nach dem Tiefabzug, wie soll es da weitergehen? Zurück nach Schönerahm. WLR, nach dem Tiefabzug rechts, Kurse gelenigt, verlassen Lese. WLR, nach dem Tiefabzug. WLR, nach dem Tiefabzug. WLR, nach dem Tiefabzug, nach dem Tiefabzug. Okay, Gears down, Free Green, Fuel pump is on, Probe is high. Landing lines are on, picture rich, turning final. At the Tiefabzug, check. Check. Lass uns helfen. Odd-Pop. Ah, nicht ganz. Ah, der Klappe kann wir fahren. Ah, der Klappe kann wir fahren. Ah, der Klappe kann ja auch mal den Klappe gehen, ja. Ist der neue Beherr? Ja. Da ist sozusagen der Alte. Ja. Da komme ich immer an. Ja, ride one out. Ja, die Leider aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 $500,000 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020